Musik Frühmorgens im Kölner Stadtteil Ehrenfeld. Wer einen Job sucht, wartet an dieser Straßenecke, bis er abgeholt wird. Zur Gartenarbeit, zum Putzen oder zur Arbeit auf dem Bau. Seit gut zwei Jahren lebt Krasimir Filipov in Deutschland. Ohne Meldeadresse, ohne reguläre Arbeit. Er ist nicht versichert, zahlt keine Steuern. Zwei-, dreimal in der Woche findet der 43-jährige Bulgare einen Tagesjob. Geld gibt schwarz auf die Hand. 50, 60 Euro pro Tag, kommt immer drauf an. Wochenverdienst 100, 180 Euro. Wer sich bewährt hat, der wird auch schon mal spontan per Handy zum Arbeitseinsatz beordert. Ich weiß nicht, was das für Firmen sind. Jemand kommt, holt uns. Zwei, drei Leute. Wir gehen arbeiten, so sieben, acht Stunden. Namen oder Telefonnummern von seinen Auftraggebern verrät uns Filipov nicht. Er behauptet, sie nicht zu kennen. Und das, obwohl er von ihnen regelmäßig für einen Hungerlohn beschäftigt wird. Ein schlecht bezahlter Job ist eben besser als keiner. Nur wer nichts über seinen Chef verrät, hat weiterhin eine Chance, illegal zu arbeiten. Du gehst irgendwo arbeiten. Schuft es dir die Seele aus dem Leib. Und wenn er keine Lust hat, gibt er dir einfach keinen Lohn. Er sagt, ich komme sofort mit dem Geld. Aber er kommt nicht. Er macht sein Handy aus und ist weg. Zwei, drei Tage später triffst du ihn wieder und sagst, du möchtest dein Geld. Er droht dir, dich zu schlagen und sagt, ich rufe die Polizei. Sie können der Polizei alles erzählen, weil sie Deutsch können und wir nicht. So quälen und spielen sie mit uns. Wir sind in der EU. Aber davon merke ich nichts. Wenn das Europa sein soll, ist es besser, sie sagen, geht raus. Wir sind bei Arbeit und Leben in Hamburg, einer Beratungsstelle für osteuropäische Migranten. Fast alle, die hier Hilfe suchen, wurden von Firmen mit falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt. Servius Citaro kam im Frühjahr 2013 aus Moldawien hierher. Über eine kleine Baufirma fand er Arbeit. Bezahlung und alles weitere wurden mündlich vereinbart. Er hat mir 1000 Euro pro Monat versprochen und mietfrei wohnen. Akribisch hat Citaro seine Arbeitsstunden aufgelistet. Für den Juristen Jerzy Bogdanovic ein Beleg. Citaro hat Vollzeit gearbeitet. Fenster neu einsetzen, Riegebswände einziehen. Geld hat er dafür noch kaum bekommen. Denn der spärliche Lohn sollte plötzlich mit einer saftigen Miete verrechnet werden. Er schuldet mir 6300 Euro. Neun Monate Arbeit sind 9000 Euro. Davon hat er 2700 Euro gezahlt. Ich bin hierher gekommen, um ein Mahnverfahren einzuleiten. Ich habe ihn auch bei der Polizei angezeigt. Er soll zur Verantwortung gezogen werden. Wie Citaro leben etwa 1,2 Millionen Zuwanderer aus den Ost- und Südosteuropäischen Ländern in Deutschland. Wie viele von ihnen betrogen oder ausgebeutet werden, dazu gibt es keine Statistiken. Doch auf dem Schreibtisch von Juristen Bogdanovic landen tagtäglich neue Fälle. Und die meisten Probleme, die wir haben, das sind ja Lohnprobleme. Das heißt, der Lohn wird nicht ausgezahlt. Die Personen bekommen die Vergütung nicht, die versprochen worden ist. Wird ja unter Mindestlohn bezahlt. Das ist ja fast Standard. Was sehr traurig ist, ist ja am meisten so, dass gleichzeitig die Arbeitgeber auch mal Landsleute sind. Das heißt, einige Landsleute beuten eigene Landsleute aus. Citaro möchte um die Bezahlung kämpfen. Doch viele der Betrogenen geben auf, fahren zurück in ihre Heimat. Auf einen langen Rechtsstreit können die oft mittellosen Arbeitsmigranten sich selten einlassen. Krasimir Filipov zeigt uns seinen Schlafplatz. Ein alter Van, der auf einem Kölner Schrottplatz steht. Ich schlafe hier, dort ein Freund. Und oben schlafen noch zwei. Wenn es regnet, bleiben wir hier unten, weil es oben durch das Dach regnet. Nur heimlich, bald zugezogenen Roulos dürfen wir hier drehen. Für den Schlafplatz zahlt Filipov 50 Euro Miete im Monat. Mehr kann er sich nicht leisten. Denn was er von seinem schwarzverdienten Geld sparen kann, schickt er nach Hause. Zu seiner Frau und seinen fünf Kindern in Bulgarien. Gerade hat mich der Kleine angerufen. Er fragte, ob ich Geld schicke. Aber leider habe ich noch kein Geld verdient. Zu Besuch beim Moldauer Sergio Sitaro in einem Hamburger Industriegebiet. Seiner Frau und seinem siebenjährigen Sohn bewohnt er hier ein 13 Quadratmeter Zimmer. Eins, zwei, drei, vier Zimmer. Dort stehen drei Betten. Dort auch. Der Bauunternehmer, der Sitaro Geld schuldet, hat hier seine offizielle Firmenadresse. Nun hat er auf der einstigen Lagerfläche Osteuropäer einquartiert. Hier ist noch ein Bett, also insgesamt wohnen hier 21 Personen. Wie viel Miete zahlt jeder? Jeder zahlt 250 Euro im Monat. Für ein Bett? Ja, und die Mitbenutzung der Küche, der Toiletten, der Duschen. Hier sind Duschen und Toiletten. Und wie viele gibt es für alle? Zwei Duschen und zwei Toiletten insgesamt. Während Sergio Sitaro uns durch die Gemeinschaftsräume führt, sitzt sein Sohn Danu an den Deutschhausaufgaben. Seine Mutter Carolina hilft ihm ein wenig. Im 13 Quadratmeter Zimmer haben sie versucht, es sich so gemütlich wie möglich einzurichten. Wir möchten gemeinsam in Deutschland bleiben und ihm gefällt es auch. In Moldawien bekommst du nur einen Job, wenn du Geld hast oder einflussreiche Leute kennst. Dann kannst du sogar Parlamentarier werden. Aber wenn du ganz normale Eltern und Freunde hast, wirst du nichts. Bei der Führung über das Grundstück steht uns plötzlich Sitaros ehemaliger Auftraggeber gegenüber. Hier lässt der Chef, da. Die Schulden nimmt man auch mal Geld. Und? Was sagen Sie dazu? Ich sage gar nichts. 6.300 Euro? Nein. Er habe kein Geld abzugeben, sagt der Chef. Dafür wohne Sitaro hier eben kostenlos. Und 250 Euro Bettenmiete, das sei billig in Hamburg. Ist ein Bett bei Ihnen für 250 Euro im Monat, ist das korrekt? Ja. Ja, das ist die Montage. Die billigste Sitaro in Hamburg. Die Unterkunft soll nun mit dem ausstehenden Verdienst verrechnet werden. Eine subtile Art der Erpressung. Denn eine Alternative zum überteuerten Zimmer hatte Sitaro nie, da ihm so gut wie kein Gehalt gezahlt wurde. Sitaro kann es nicht fassen. So etwas hätte er in Deutschland nicht erwartet. Ich bin nach Deutschland gekommen, um zu arbeiten und Geld zu verdienen. Ich hätte nie gedacht, dass es solche Leute hier gibt, die einen ums Geld betrügen. Zurück in Köln. Etwa einmal in der Woche geht Filipov ins Internetcafé und ruft seine Familie in Bulgarien an. Seit über zwei Jahren war er nicht mehr zu Hause. Seine Frau ist am Bildtelefon. Zwei seiner Söhne melden sich im Hintergrund zu Wort. Hallo, was macht ihr? Was schon? Ich setze mich. Wie geht es euch? Was macht ihr? Nix. Habt ihr noch Geld? Nein, alles alle. Alles alle. Ratzfatz ist das Geld weg. Was habt ihr mit dem Geld gemacht? Schickst du uns Schokolade? Schokolade soll ich schicken? Ja. Ja, viel, viel Schokolade. Ja, wenn ich arbeite und Geld habe, schicke ich Schokolade. Bonbons, alles. Habt ihr noch Schulden? Ja, noch 38 Euro. Mal sehen, wie viel wir für Strom zahlen müssen. Wenn du zurück nach Hause kommst, lasse ich dich nicht mehr weg. Dann bleibst du hier bei mir. Und was soll ich dann machen? Bist du verrückt? Ich spiele Musik und du bleibst bei mir. Ich vermisse dich so. Weine mir die Augen aus nach dir. Nach mir? Ich dachte nach jemand anderem. Okay, Fatma, macht aus. Ich rufe dich heute Abend noch mal übers Telefon an. Schick Geld! Geld, 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 ich habe keine Arbeit und ihr wollt nur Geld. Du warst doch gestern arbeiten. Ich war gestern arbeiten. Und nun? Soll ich euch alles schicken? Legt auf, ich rufe euch heute Abend noch mal an. Meine Frau hat mir gerade gesagt, dass ich zurückkommen soll. Nach Bulgarien. Aber wie soll ich zurückgehen? Wie soll ich nach Hause kommen? Ohne Geld. Am Wochenende treffen wir Familie Sitaro auf einem Spielplatz in Hamburg. Für sie hat sich das Schicksal zum Guten gewendet. Mithilfe der Beratungsstelle Arbeit und Leben hat Sergio Sitaro einen regulären Job gefunden. Bei einer Reinigungsfirma. Ich habe jetzt einen ganz normalen Arbeitsvertrag. Ich habe eine Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Ich habe kein Problem mehr mit dem Geld. Alles wird ganz normal überwiesen, nicht bar auf die Hand. Wir beide sind glücklich. Wir hatten Geld. Arbeit. Und eine neue Heimat, die uns gefällt. Nun muss Familie Sitaro nur noch eine neue Wohnung finden. Dann endlich kann sie ein ganz normales Leben in ihrer Wahlheimat beginnen.